Ich glaube, wir kochen uns heute mal was, oder? Wie wäre es denn mit ein bisschen Clicker, mit ein bisschen Runner-Soße? Wie wäre es damit? Habt ihr Bock drauf? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Okay, machen wir das doch gleich. Sobald wir den letzten irgendwie gefunden haben. Ach, da vorne ist er. Das sind sogar zwei. Okay. Es sind sogar zwei. Okay. Gut. Dann heißt es jetzt ranschleichen. Ist angesagt. Der bleibt auf jeden Fall eine Zeit lang stehen. Also den könnte ich schon erwischen. Beim anderen weiß ich es jetzt nicht. Der geht da drüben hin. Okay. Müssen wir das Ganze mal ein bisschen beobachten. Wo ist denn der eine jetzt wieder? Äh. Ach, der ist da vorne. Okay. Ah. Bleiben wir mal lieber noch hier. So. Okay. Gut. Wer von euch kommt jetzt her? Aber dass der uns nicht sieht, der andere, ist schon witzig, oder? Doch. Jetzt hat er es gesehen. Komm doch her, Schnucki. Komm. Ich warte auf dich, mein Freund. Na. Schlag ihn. Ich finde es so geil, dass man mit der Waffe schlagen kann. Und tot. Sehr gut. Ich hoffe, jetzt kommen natürlich nicht noch mehr von denen. Aber es sieht mal ganz gut aus. Was haben wir hier? Flaschen. Okay, brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Flaschen mehr. Denn wir sind ja schon selber. Ja, ihr wisst schon. So. Da geht es auf jeden Fall nicht raus. Muss ich irgendwie nach oben. Ja. Und da geht es auch nicht raus. Hä? WTF? Brauche ich eine Leiter? Mit einer Leiter komme ich doch gar nicht so schnell hoch. Beziehungsweise so weit hoch. Was gibt es da an Baseballschläger? Ah. Nehmen wir doch mit. Denn wir haben eh keine Nahkampfwaffe mehr. Weil die ist natürlich wieder kaputt gegangen. Ach komm, habe ich das jetzt alles umsonst gemacht? Bitte nicht. Aber da gab es ja noch eine andere Tür. Stimmt. Ne, da oben. Ach. Da ist eine Leiter. Mann, bin ich blind. Ja. Gaming Dan präsentiert den blindesten Let's Player Deutschlands. Und das bin ich. Ja, ich habe gewonnen. Ja. Jetzt stell sie doch da ab. Ja, danke. So. Dann rauf mit dir. Ja, klar. Also. Ja, klar. Und da muss man auch noch schnell reagieren können. Komm. Drück zu. Drück zu. Drück zu. Ja. Nein. Ach komm, Joel. Komm, Ballein ab. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Boah, ich drück so schnell wie ich kann. Hey, und der macht gar nichts. Wer hat den jetzt erschossen? Oh mein Gott, ist die irre. Irre? Den habe ich hier voll erwischt, hm? Ja, allerdings. Du bist doch uns jetzt nicht hinterher gelaufen, oder? Bist du irre? Mir ist schlecht. Die kann ja nicht schwimmen. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Ja, voll. Ja, es war doch gut so, oder nicht? Ja, es war schon gut, aber... Die Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Ja, hätte ich auch gesagt. Weißt du was? Nein. Wie wäre es mit... Hä, Ellie, das war nicht einfach. Aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wäre es denn mal mit sowas, Joel? Ja, ungefähr sowas. Jetzt weiter. Achso, sie bleibt da? Okay. Ja. Gehen wir doch mal. Lassen wir sie einfach da. Retten wir selber unseren Arsch und fertig. Überall steht was in der Mitte rum zum Schützen. Ich mag das, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht. Weil man jedes Mal, wenn sowas ist, sich dann gegen irgendwas schützen muss. So. Da kommen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen wieder außen rum. Was ist das hier? Ein Ziegelstein. Okay. Aber... Zumindest hier sieht es ein bisschen besser aus. Wir können doch da jetzt nicht einfach runterspringen. Ellie? Ist das der richtige Weg? Oder der falsche? Naja. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Mhm. Ich hasse das. Ich hasse das auch. Ganz ehrlich. Mal schauen. Bin gespannt, wie der Last of Us 2 wird. Ob das wirklich genauso... Ach. Hier ist es schon wieder so dunkel. Ich hab so das Gefühl, dass hier wieder irgendwelche Klicker auf uns warten. Was haben wir hier? Ach. Und Firefly-Anhänger. Okay. Hab ich schon ganz, ganz viele gefunden. Aber die Fireflies haben wir irgendwie noch gar keinen gesehen. Bis auf die Anführerin. Schon ein bisschen traurig. Ich dachte, die sind jetzt da ein bisschen mehr im Geschehen. Da kommen wir wieder nicht raus. Och, meine Güte. Voll? Voll. Alles voll. Okay. Ich hab ja prinzipiell nichts dagegen, wenn wir alles an Vorrat haben. Aber dass wir gleich so viel an Vorrat haben, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Was können wir uns denn basteln? Was können wir uns basteln? Schauen wir das doch mal an. Monat of Cocktails können wir uns ein paar basteln. Nagelbomben könnten wir uns sogar machen. Ach komm, eine Nagelbombe. Ja. Das klingt doch gut. Aber dafür brauche ich eine ganze Schere. Ist doch irre, oder? Nein, leg die weg. Leg die weg. Ja, danke. So. Dann geht's weiter. Und zwar in der Richtung. Was haben wir da? Nahkampfwaffen verbessert. Modifikation halten. Eins Treffer länger ansehen. Aha. Okay. Ja, das weiß ich doch schon. Das weiß ich schon. So. Sind wir hier safe? Ich glaub. Die Tür könnte rausführen. Ja, toll. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Nein. Ich auch nicht. Das nur so als Tipp von mir. Dann nehmen wir mal das mit. Voll, voll, voll. Da geht's noch was. Ja, bitte alles aufsammeln. Wir wollen demnächst nämlich was anderes noch machen. So, wir kommen jetzt da rauf. Also, viel haben wir nicht zur Auswahl. Ähm. Ne Leiter ist hier irgendwo überhaupt nicht ersichtlich. Gut, wir hätten zwar ein Piano. Vielleicht hab ich damit eine Chance. Ja. Bist du bekloppt? Und das soll ich bis dahin treten? Wo will ich denn das runterziehen? Joel, du bist irre. Achso, einfach nach vorne. Hilf mir doch mal. Ach, nach vorne. Ich dachte, ich muss das jetzt bis davor schieben. Aber da oben kann man ja auch rauf. Gut. Also, geht doch. Geht doch. Und wobei, der Raum sieht jetzt eigentlich noch gar nicht so aus, als wäre der so richtig verwüstet. Schon komisch. Das ganze Hotel richtig am Arsch. Aber der kleine Teil wieder nicht. Was ist das bloß für ein Hotel? Wer kommt auf solche Ideen? Ist doch irre. Geht's da raus? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Gut. Endlich dieses grausame Hotel verlassen. Also, der Bloater war jetzt wirklich... Ja, schon fast eine Spur zu viel. Also, für mich alleine war das ein bisschen viel. Wenn ich natürlich einen Partner gehabt hätte, wäre das natürlich einfacher gewesen. Aber, ne. Eine habe ich da keine Chance. Absolut nicht. So, komme ich da hin? Ja. Sehr schön. Wo ist die Brücke? Falsche Seite, hm? Okay. Geh in Deckung. Also gut. Die springen da runter und machen den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du? Du scheinst ganz gut schießen zu können. Oh. Kommst du damit klar? Elli bekommt eine Waffe. Wow. Ich habe mit sowas schon geschossen. Dass man sowas noch erleben darf in dem Spiel. Aber nur auf Ratten? Ratten. Ja. Stell dir vor, das sind Traften. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip? So. Also gut. Du lindst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Genau so. Und dann vor. Und jetzt. Brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Ach, die soll der Scharfschütze sein? Verstanden. Kann nicht ich das sein? Ja, wobei. Ne, dann würden wir gleich wieder sterben. Ja, dann Joel. Also. Let's go. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Wieso muss ich eigentlich immer die Drecksarbeit machen? Gern geschehen. Ja, dann Ellie. Zu. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Wo sind die denn? Ach, da vorne. Okay. 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 Warum ist der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle. Mist. War das denn was? Ja. Wer will, dass wir alles sichern? Geh zum Tor. Okay. Verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Wir haben 76 Leute erschossen. Ja. Wir haben schon ein richtiges Problem, oder? Das kann nicht stimmen. Dass die Drehung tot ist? Ich glaube nicht, dass Eindringling... Doch, doch. Ich glaube schon. Komm, jetzt stirb endlich. Komm. Dir geht die Luft aus. So. Das wäre der erste. So. Wo sind denn die anderen? Also, ich habe jetzt eigentlich nur den verfolgt. In der Hoffnung, dass der der Anführer war oder so. Aber irgendwie war das die falsche Entscheidung. Ich weiß gar nicht, wo die anderen sind. Durch mein Lauschen höre ich natürlich gar nichts. Also das heißt, die sind schon etwas weiter weg von mir. Na gut, aber wir sind immer noch auf Adrenalinkurs. Und wollen natürlich auch hier nichts falsch machen. Da kann ich rein, oder? Ja, kann ich rein. Aber ob das natürlich gut ist? Hm. Ehrlich gesagt... Bin ich da nicht so dafür? Jetzt komm rein. Komm. Willst du einen Kaffee, mein Freund? Hm? Ja. Ja, als ob. Nein, werde ich nicht. Du wirst brennen. Bam. Ja, Ellie kann mir ja gar nicht helfen. Denn ich bin ja im Raum drin. So. Das waren zwei. Wo ist er denn? Nein, nein. Du hast mich... Ach, komm. Der ist mir ausgewichen. Komm, stirb. Ich brauch nämlich deine Stange. Ja, klar. Klar. Töte ihn. Töte ihn. Ach, der nächste schon? Okay. Ja, ja. Wenn man sich mit mir anlegt, passiert eben das. Ich brauch die Stange. Danke. So. Und da jetzt noch jemand? Wo sind sie denn? Hallo? Ach, da. Jetzt kommt einer. Oh, schaut ihn euch an. Ist er nicht niedlich? Na, jetzt komm. Ich warte auf dich. Da kommt noch mal einer. Hey, das Ducken ist meine Sache, Mann. Noch mal einer. Okay. Boah, wie viele da kommen, hey. Ich hab ein bisschen Angst. Mit so vielen Leuten hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jetzt muss natürlich alles passen, gell? Nein! Nein! Jetzt stirb! So, jetzt schnell raus hier. Komm, Ellie. Hilf mir. Wo sind sie denn jetzt? Ob das jetzt schlau war, nach draußen zu rennen? Hm. Ja, klar. Ja, klar. Ja, komm her. Komm. Nein! Ach, komm schon. Stirb! Ja, klar. Als ob. Als ob. Ja. Mhm. Ach, ich soll die erschießen? Okay. Ich kann die auch erschießen. Für mich ist das jetzt ehrlich gesagt nicht so das Problem. Aber der hat hier schon gespeichert. Okay. Das heißt, so viele haben mich ja noch gar nicht gesehen eigentlich. Oder? Nehme ich mal an. Nee, also der draußen hat mich auf jeden Fall nicht gesehen. Genauso wenig wie der Kamerad. Okay. Ja, wenn ich schieße, dann hören die das eben. Und das ist eben nicht geil. Ja, ich bin schon da. Ich bin hier. Warum ich ihn nicht immer greifen kann, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Einmal klappt es, einmal klappt es wieder nicht. Und das finde ich halt etwas schade. Ja, dann packe ich dich halt so. Ja, komm. Jetzt töte ihn. Falsche Waffe. Oh Gott. Ja, klar. Ich bin gleich wieder tot. Ich habe keine Möglichkeit, mich zu verbinden. So. Medipack. Komm, verbind dich. Schneller. 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 Gut. Gut, die haben mich ja eh schon gesehen. Also eigentlich kann ich sie auch jetzt abballern, oder? Sollte ja jetzt kein Problem mehr sein eigentlich. Wo ist er denn? Hä? Der war doch so gerade so nah an mir dran. Moment, jetzt wenn er kommt, schieße ich ihn ab. Hä? Hä? Guck, guck. Bist du jetzt tot? Ja. So. Kommt der Nächste? Ja, ja, die kommt schon rausgestürmt. Hallo. Aber Ellie schießt gut. Du auch noch? Ja, ja. Hinter dem Auto steht einer. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Meinerweise könnte ich ja jetzt einen Molotow-Cocktail werfen. Ach komm, das machen wir jetzt mal. Wo ist er denn? Ja, jetzt stirb. Ich brauche noch mal ein Medipack. Alter. Komm, verbind dich. Schneller. Wo sind die mit diesen Molotow-Cocktails? Tja, nächster. Wie viele das sind. Mit diesen Molotow-Cocktails. Ist ja brutal. Ja, das ging... Ja, klar. Es hätte mich getroffen. Ich wollte gerade sagen, das ging ja mega in die Hose. Also so die Flugbahn an sich war jetzt eigentlich sehr, sehr daneben geschossen. Naja. Hoffentlich kommt jetzt da hinten keiner raus. Na, komm, komm. Ich sehe dich. Tja. Idiot. Wer es unbedingt darauf anlegen will, wird auch erschossen. Ganz einfach. So, aber das waren noch nicht alle. Ansonsten wird Ellie nämlich runterkommen. Gut, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja noch welche. Also bis jetzt sind wir mal safe. Bis jetzt. Kann ich bestimmt auch rein, oder? Ja, was denn sonst? Was denn sonst? Oder doch nicht? Nö. Gar nicht. Kann ich nicht rein. Gibt es denn da noch jemand? Hallo? Kommt da jetzt noch was? Oder nicht? Oder sind wir jetzt safe? Oh, hallo? Da hängt eine Leiche. Wahnsinn. Ja, ich denke, das war es doch. Aber irgendwie bewegt sich da nichts vorwärts. War ein Molotow-Cocktail. Kann ich den nehmen? Oder habe ich den schon genommen? Nö, es war bloß eine Flasche. Okay. Na gut, ich denke, das war es. Da schleicht da wirklich noch einer rum. Der war der Beste hier übrigens. Moment. Nö. Also ich sehe mal niemand. Vielleicht doch hier irgendwo? Ach, da war noch einer. Okay. Nein, den habe ich ja vorher gesehen. Ich bin auch so ein Depp. Bam! So. Und jetzt? Ich glaube, das war es. Ja. Sehr schön. Huh. Aber Ellie hat gut geschossen. Respekt. Aber 76 Leute haben wir umgebracht. Geil, oder? Ach, schau nicht so traurig, Ellie. Danke für die Waffe. Wie war ich? Ja, Ellie war wirklich gut. Muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Wie wäre es mit etwas in deiner Größe? Naja, so ein Jagdgewehr wäre aber schon besser gewesen. Aber na gut. Okay. Waffen sind sowieso nichts für Kinder eigentlich. Aber in so einer Apokalypse hat man wahrscheinlich keine andere Wahl. Ja. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Das wird die schon wissen. Okay. Du musst Respekt haben. Das ist kein... Von wo sind wir eigentlich gekommen? Ich passe auf. Okay. Gut. Gut. Okay, wenn du aufpasst, ist alles klar. Gut, meine Freunde. Dann hätte ich gesagt, dann wäre es das gewesen für den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren natürlich auch gerne. Abonnieren natürlich. Natürlich selbstverständlich. Und bis zum nächsten Mal bei The Last of Us Remastered. Und ciao. Bis zum nächsten Mal bei The Last of Us.